Herzlich Willkommen zum Deutschen Logistikkongress. Dass Thomas Wimmer ja empathisch ist, wissen wir. Aber dass Sie jeden Tag einen neuen Freund dazu gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Das ist Ihr neuer Freund Pepper, ne? Das ist mein neuer Freund Pepper, ja. Letztes Mal, der andere, den wir hatten, der war ein bisschen groß. Da haben die Leute Angst vorgehabt. Und insofern haben wir gesagt, nehmen wir mal die etwas kleinere Ausführung hier. Die Leute bleiben stehen, die Kinder kommen, die Frauen jubeln. Es ist wunderbar. Guten Morgen, Schnuckelchen. Na, gut geschlafen?